Die besten Momente in Planetside 2 Teil 2 Viel Spaß! Nimm mal grad kurz zu meiner Landung. Die Landung krieg ich inzwischen mit fast jedem Teil hin, auch wenn die grad etwas ungewollt aussah. Aber das sollte so sein. Oh, wir könnten Skydiving and Terror Sun machen. Okay, du hast die Raketen, das mag ich. Brecher oder Fetten, Battling MG, Autoreparatur, Luftkampf, Chassis und Flares. Standardausrüstung. Du solltest dich nicht zu lange im gegnerischen Flakfeuer aufhalten, weil das geht dich um. Willst du noch mal ne lustige Landung sehen, Dio? Nein! Ich will ne anständige Landung sehen. Ja, die kriegst du. Gags, die Landung sind lustig. Ich brauch ein bisschen Anflugdingens. Okay, steh mal da, wo ich auch eben gelandet bin, okay? Ich steh in der Nähe, ja. Soll ich die Reparaturpistole gleich zücken, oder? Ja, wär besser. Okay. Wer möchte etwas Skydiving mit nem Harasser? Okay, die Landung war langweilig. Okay, die war scheiße. Auch scheiße. Trottel. Die Landung war genial. Warte, 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 warte. Ich mach ne bessere Landung. Die war langweilig, die war genial, die war scheiße. Jetzt entscheide ich. Warte, 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 warte. Naja, er ist kurz bevor er zu Boden gefallen ist, ist er ausgestiegen. Wie jetzt? Alter. Er steigt schon wieder aus, Trottel. Oh, nein, nein! Oh Mann, zum Glück. Zum Glück bremst mein Baby vorher ab. Dem geb ich meinen Reaver nie wieder. Das bremst leider nicht ab. Ich kann ja dein Baby abschießen. Kannste ruhig mal machen. Okay. Komm zu mir. Das war Superbio. Hat gerade... Hat gerade ein Warno erledigt. Das war doch richtig krass. Für mich sah das aus, als er nur gegen Felsen geflogen ist. Wollte ich gerade auch sagen, für mich sah das eher nach nem Felsen aus, der im Weg stand. Nein. Ich glaube, das muss da auch sein. Ich... Ich war... Echt... Ich war kurz davor ran zu knallen. Ich hab auch schon das Ave Maria gebetet dafür, dass es nicht passiert. Dann hat mein Bauch gerade noch unten an dem... an dieser Stütze entlang geschrammt. Und dann ist eine Rakete bei mir eingeschlagen, weil irgendwer mich gelockt hat, ohne das... Bevor ich drin gesessen war. Deswegen bin ich auch mit Hakengeist davon geflogen. Bleiben. Weil sie keinen Kontakt haben. Und wenn wir da dumm hängen... Achtung! Das... Bild läuft. Ja, ich kann nicht mehr fahren. Das war so klar, dass das passieren wird. So, jetzt muss jemand von der anderen Seite kommen und schieben. Nein, es geht. Wenn jetzt hier jemand... Uns muss jemand runterschieben. Wir brauchen ein Fahrzeug da auch. Ich hole mein Sunday. Moment. Wie willst du jetzt hier runterschieben? Hat der Auto noch niemand gemacht? Warte, warte, warte. Wie willst du jetzt hier runterschieben? Warte, warte, warte. Ja, klar. Natürlich sind wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite von meinem Sunday. Klasse. Ich glaube, der Maguider könnte hier rüberfahren. Ja, der sowieso. Der hat ja quasi Unterbodenantrieb. Kopp offen. Warte mal kurz. Ich hole den Sunday. Dann kriegen wir den da wieder frei. Hier vorne steht an Bram443. Der gerade LOL geschrieben hat, als er unseren Vanguard gesehen hat. Ey, Bram. Man glaubt keinen Namen. Man glaubt keinen Namen. Feindliche Max-Einheit. Sucht der aus. Oh, ich muss schießen. Ich glaube, dann falle ich ein bisschen runter. Ah, du kannst hier neben reinfahren. Hier neben geht's. Hier neben ist wurs genug. Nein, ich fall alleine. Oh, Mensch. Das war jetzt. Perfektes Timing. War alles unnötig. Wenn du es nicht gewesen wärst, dann wär ich auf dem Dach gelandet. Siehste, dann war es doch gut. Weil ich da einfach schießen könnte. Ich würde einfach nur schießen müssen. Ja, genau. Oh, Mann. Das ist doch die Lösung für alles, erstmal zu schießen. Flairzeit. Einfach mal drauf walten. Passt schon. Nein, der Käse. Ich hab Flair, du Arschloch. Wie gut, dass Chatel das aufnimmt. Eigentlich nicht. Okay, möge... Möge der Spaß beginnen. Eigentlich nicht. Was hast du denn vor? Wir machen einen Haufen. Da mach ich auch nicht mit. Wer sein C4 losge... Los geworden ist, unbedingt vom Auslöser weg... Wechseln. Hm, wofür ist der roter Knopf gut? Zum Foto machen. I want to know what's that red button, du. Ich hätt gewormt. Ich drückte knapp hier. Keine Ahnung. Jetzt krieg ich wieder C4. Wartet, ich mach mal was. Ups. Och, Mann, ich hab's nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Och, Mann. Och, das war schön. Ach, Scheiße. Ich hab mich zwar gar erschrocken, aber ich hab's nicht gesehen. Ich bin grad zurückgerannt und wollte mich auf eine erhöhte Position stellen, damit ich das sehe. Okay, von vorne. Ich auch noch nicht. Und irgendwer darfst du auch? Ja, ich bin schon dabei. Kein Yashadai, bitte, tu mir den Gefallen. Ich hab immer noch kein DxTory installiert. Nicht zünden. Nicht zünden. Warte, jetzt hab ich Lex. Okay, geht wieder. Nee, doch nicht. Ach, Heinz, mach das Kamikaze technisch, ja? Oder wie machst du das? Ich... Ich glaub, das sind so viele Mien. Das schafft meine Friends grad nicht. Seid ihr jetzt alle fertig? Ja. Ja. Saeki parkt noch kurz, ja? Hat jemand von euch noch C4 ausgerüstet? Ja. Du darfst das zünden. Okay, dann zünde ich das jetzt. Okay, setz. Okay. Drei, zwei, eins und los. Boah, alter. Sexy. Nochmal bitte, ich hab nicht gesehen. Ich zähl nicht so einen Stuss. Das ist ja grad Dias schon bei mir. Lass immer laufen. Einfach mal so. Einfach mal so. Ich hab die Aufnahme grad gestartet. Irgendwie? War ich noch nie dabei, als wir den LF gewonnen haben. Das passt so. Das passt so. Wir sind in der Sieg alles unterfeiert. Ja. Und bei mir leckt schon wieder, Mann. Ja, bei mir auch. Fucking justice. Good job, fellas. Good job, NC. It was a good fight today. Zehn. Neun. Acht. Acht. Sieben. Sechs. 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 Boom. Victory! Ich hab nichts dazu gemacht, weil ich grad auf Anleih gekauft bin. 44 Cers. Was ist bei mir? Wo ich angefangen habe zu spielen. Yay, Level up! Bin wieder da. Hey, Neo! Na ja, grad mal ein schöner Sieg. Tch. Jaaaa. Oh ich bin auch fast Level up. Chön. No, let's all go back to Alter, kümmert sich um den Generator Hm, ich bin am falschen BioLab Scheiße Auch gut Das ist auch mal eine Möglichkeit irgendwas zu schaffen, ne? Oh, oh Ne, das schaff ich wahrscheinlich nicht mehr Doch, ich bin nur in der Luft Ich lebe doch Boah, so kann doch keiner spielen Muss er ja auch nicht können, der tut's einfach Nein, ich kann jetzt so mit ihm im Team SPI Willst du mich beleidigen? Oder nur für A-Kack-Eier hier? Wir sind doch alle, wir nehmen dich alle voll ernst Das ist so ganz SPI überlassen Okay, Leute, das sieht cool aus Mann! Alter Kann mir jemand helfen? Leute Vorsicht, Berg Oh Ich bin grad Schadei fliegt bloß nicht so komisch Ich trau ihm Wie komisch denn ich Ich fang doch an so mal Hier riecht es kalt Wollte ich auch grad wissen, wo sind die Panzer hin? Los Scheiße, da ist ein Stück Abwehrberg Weaver Ja Antenne 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 Er muss nicht Scheiße, ich muss runtergehen Er ist ein Italiener erdenkt auf Erwerbland-Weltmeister Och Mann Wieso könnt ihr nicht fliegen? Das war Absicht Ich weiß schon, warum ich bei Schadei eng gestiegen bin Das ist voll anstrengend für mein Gehörn, Schadei Prost So ist besser Ich bin jetzt beim Druckweg Ich komm jetzt Ich wirk jetzt da Du meinst die verrückten Kerber, warum man nur mal so richtig durchflögen kann Ja Flugabwehrberg Oh Gott, Flugabwehrberg So ist der Ich bin jetzt beim Druckwegpunkt Wie bitte? Ich bin jetzt beim Druckwegpunkt Wenn wir einen Notfut treffen, fährst du Da ist der nicht los Was? Fahr ich? Ja du fährst Ja genau, mach mal eigentlich mal einen Autfut treffen Ist da ja nichts los Wow Ich wusste es Oh Antenne Vorsicht Antenne Ich suche einen Panzer Ja klar So ein gekonnter 90 Grad Drift Ich hab jetzt mal eine Antenne angedockt Echt jetzt? Sieht stumpf aus Ich glaube ich trage Gold Oh Jungs, ihr seid doch behindert Okay, und sofort den nächsten Punkt bitte cappen Was macht ihr denn da? Ich hab dich gedrückt Ey, sind bei euch lauter Kielitsch Die Galaxies vom Gardener und Ulthar Ich hab dich vom Kurs aufgebracht Ja, ich wollte mir eine Galaxie vornen Und es geht nicht mehr raus hier Nein, schon Bis ob er wechselt Jetzt fällt sie runter Und landet sie nach Natal Motivale Ärger Wagt das gerade rum? Ja, irgendwo muss die Galaxie noch am Boden liegen Und jemand hat das repariert Dann verschwindet die am Boden Und das wird die ganze Zeit repariert Die bekommt halt einfach jedes Mal Punkte Deil Und wir werden repariert Das nenne ich Bug-Using der besonderen Art Mhm Äh, du kannst nicht verhindern, dass das passiert Also ist das kein Bug-Using Ja, schießt auf mich ihr Vollidioten Ja, echt, der Schaden wird repariert Haha, das ist geil Okay, nächster Wegpunkt sitzt Wir können leider nicht so nah an die Festung rein, weil wir dann sonst vom Himmel fallen Dann seid am Boden, seid am Boden, mit der Bulldog, mit der Bulldog Ja, müsstest schon Hey, das wird ja echt schnell repariert, Alter Haha, ist das geil Aber richtig mies, guckt ihr gleich an, wenn's losgeht Wo seid ihr? Aber richtig schnell, hey Nein Seid hinter uns, was wir denn da? Ja, es ist repariert Was will denn der Saita? Wer will da die Panzerung klopfen? Die Saita sind... 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 Vollweg unbesiegbar Naja, ich bin da rausgekommen Nicht nicht Ja, hier haben wir zwei Galaxies, zwei Thundron und eine Saita, das glaube ich Das waren vier Saits Echt Ich hab's gerade nicht gesehen Das machen, was Mary Turner immer so gern macht sich mitten auf die Brücke stellen Einfach mal wieder runterstricken Und dann mit Hackengas, also mit Nitro, und dann gib ihm User left your town Das hab ich hier auch noch nie gemacht Hier ist ein Moskito auf der Town Hier ist ein Moskito und das trifft irgendwas Ich mach das jetzt aber auch mit uns Handy Nein Stein Baum Hast du oft da mit eurem Harrison hier gorkten Moskito in der Gegend gebracht? Das war halt mit dem Bastard Was? Ja Das kauft Das ist überstark Alter Der macht mir Angst Also ich hab's mit Sandy überlebt Esamir, also Das letzte Mal, dass ich auf Esamir war, war ich Troglied und das hat richtig Spaß gemacht Willst du es wieder haben? Nee Niemals Nicht niemals, aber nicht jetzt Ergebnissen Ich mich